Es war wirklich früher der alte Hühnerstall, dann ein Getreidelagerraum. Es war nur ein Bretterverschlag. Hier hat es auch 0 Grad immer drin gehabt im Winter. Und wir haben da wirklich Hauptzäulen ausschlagen müssen, die Statik verbessern, es winterdicht machen, extreme Auflagen folgen mit dem Brandschutz. Und ja, haben das alles hinbekommen und haben aus dem Nichts, aus einer einfachen Hütte, aus dem Stall, würde man sagen, hier ein grandioses Trainingszentrum geschaffen. Die Olympischen Spiele, die überstrahlen einfach alles dieses Jahr. Dennoch ist die Europameisterschaft eine Europameisterschaft und ein absolutes Highlight. Und dann auch in Rom, beim Kolosseum, ich sag mal, die Geburtsstätte der Gladiatoren, wo ich mich als Ringer manchmal auch so empfinde, ist eine ganz, ganz tolle Sache, dort an diese Städte hinzukehren und um die Titel zu kämpfen. Und das ist auch eine schöne Motivation.